Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir geben uns endlich! Shoote, los! Numero dos. Numero dos, ja, war richtig sogar. Spanisch gilt es reichend dafür, Freunde, ja? Null Punkt im Abschlusszeugnis. Willkommen. Leute, ich bin sehr gespannt, Alter. Jack hat mir schon vor ein paar Wochen irgendwie davon erzählt, dass er daran arbeitet und meinte auch, dass es heftig wird. Und als er erwähnt hat, dass es ein Enno-Diss wird, war ich schon sehr angetan davon. Hab mich schon sehr drauf gefreut, ja? Ja, ähm, nichts Krasses gegen Enno oder so. Ich meine, das passt gerade, er steht gerade sehr in der Kritik irgendwie. Trotzdem finde ich Enno irgendwie sympathisch und ich habe auch viele Lieder von ihm, die ich fühle. Also ich habe jetzt kein Personal Problem mit ihm. Aber, ähm, ich freue mich jetzt einfach auf ein paar gute Disszeilen von Jack, Leute, ja? Ähm, Link zum, äh, Jack von Crack, Shootelos 1, Diss-Track und der Reaction dazu findet ihr oben im i, Freunde. Schaut euch da gerne mal wieder nochmal zu an. Ähm, und jetzt haben wir hier den Enno-Diss. Ich bin sehr gespannt von euch. Let's go. Gehört auch nochmal, das originale Video bei Jack auf dem Channel. Was ist das für ein Beat? Erstmal ganz kurz, vor allem ist das produziert. Ähm, ein Beat von Black Rose. Das ist ein heftiger Black Rose Beat, man. Okay, let's go. Oh, der Einstieg ist schon krass, Alter. No joke, jeder Busfahrer hätte sich über diesen Einstieg gefreut. Ey, manchmal, das ist irgendwie balsam für meine Seele, so ein paar Jack von Crack Tracks zu hören, ja? No joke. Manchmal, ich brauche auch das manchmal, dieses harte Aggressive. Was ist das für ein Beat, Junge? Diesmal ist der Spaß von Alles oder Nix. Und ich frag mich, ob daran was wahr ist. Denn wenn man deine Texte hört, weiß man, das ist echt gar nichts. Ich hab meine Geister auf sich einstechen. Leben dir wie Kinrin und Mero. Wie Meister der Reimketten. Du sagst... Uh, wie Meister der Reimketten. Wie er sich bewegt im Video. Das hab ich schon ganz vergessen. Das hab ich schon ganz vergessen. Das war ja auch Enno. Oh. Ey, nice, Mann. Ey, bis jetzt kommt gut Stimmung auf. Der Beat geht krass nach vorne. Er kommt gut auf den Beat. Das Musikvideo geht auch nochmal irgendwie Atmosphäre. Einfach, weil er sich da so krass bewegt und irgendwas macht. Irgendwie, was... Keine Ahnung. Die Performance in diesem Video ist irgendwie besser, als in den letzten, finde ich. Und wenn ich sag, es hat sich angedeutet. Dann liege ich richtig wie im Back von deiner Schlampe. Ich bin froh, in dem ich... Buch. Na guck, zick die Au, dann kaputt. Ja, da drauf, keine Lust. Doch, ich hab drauf, immer Lust. Au. Ich shoote, shoote, shoote wieder los. Hm. Ey, die Schussgeräusche, Mann. Ich fühl die ein bisschen gerade. Paar Kugeln in die Hau. Und er liegt verblutend auf dem Boden. Was ne Show. Widerstirb dein Uhrensohn. Ich shoote, shoote, shoote wieder los. Paar Kugeln in die Hau. Und er liegt verblutend auf dem Boden. Was ne Show. Widerstirb dein Uhrensohn. Das, was du machst, ist keine Kunst mehr auf Beat. Du die Klaus-Melodie, denn du bist unkreativ. Dafür kriegt der Hund auf die Fresse. Er klaut so viele Tracks. Ich könnte darüber drei Stunden lang rappen. Ja, kinder too, actually. Real talk. Und ich bin wieder mal auf Keta und Speed. Auf Melodien klauen. Nennt man das Gags. Innovativ. Und ja so dumm wie... Ey, ich find's cool, wie er mal aus den Namen sowas bastelt. Das find ich fresh. Du bist von... Fresh. Das wundert's mich nicht. Das du noch sagst, du hast Amerikas Mutter gefehlt. Du wickst nicht international mit deinem Apes-Flow. Fragst du ne Ami-Bitch nach nem Day? Sagt sie eh nur. Hahahaha. Hahahaha. Oh. Du schreit an nem Köl und ich verballer meine Clips. Sagt sie eh nur, Mann. Irgendwie, irgendwie ein bisschen low, aber irgendwie auch wieder nice, weil es so stumpf kam. Ja, alles oder nix. Warte ganz kurz, hab ich nicht gecheckt. Ist das M-Rocks? Das ist M-Rocks der Ehrenbruder, oder? Kuss geht raus an dich, Bro. Die Fangschwein' an dem Köl und ich verballer meine Clips. Ja, alles oder nix. Versuch ich dich in deiner Rotsdach. Oh, gut gedabbelt. Reit ich dir erst den Weg und dann den Kopf fahr, ob fahr. Uh. Versuch doch auch mal ordentlich zu rappen. Du willst ein Stück vom Kuchen, doch kriegst Tort in die Fress. Och, der arme M-Rocks, Bruder. Ich shoot das, shoot. Ehre mal, dass er das gemacht hat. Und er liegt verblutend auf dem Boden, was ne Show. Wieder stirbt ein Uhrensohn. Boah, dieser Beat ist anders. Und er liegt verblutend auf dem Boden, was ne Show. Wieder stirbt ein Uhrensohn. Holy shit. Das ging ja mal anders. Aui, P2? Boah, Jungs, das wusste ich nicht. Ich höre auf alles. Davon hatte ich meine Augen nur verschlossen gehalten. Davon wusste ich nichts. Oha. Ey, nice, Mann. No joke, das ging so in die Fresse. Ich spüre es immer noch. Ich habe noch Reste von Track im Gesicht, glaube ich. Geil, Alter. Der Beat war eine 1+, mit Sternchen. Shoutouts am Black Rose. Ich glaube, das sind irgendwelche amerikanischen. Ich habe keine Ahnung, woher die kommen. Aber auch bei Billy sind die Beats davon immer crazy gut. Und Jack von Crack kam gerade unglaublich gut auf diesen Beat, ja. Damn. Da waren ein, zwei Highlight-Zeilen dabei. Dann ein, zwei Sturm für Beleidigung. Aber es ging hier eher um die Atmosphäre, den Hass, die Wut auf diesen heftigen Beat. Hat mich, hat mich entertained, Freunde. Hat mich entertained. War nice, Freunde. War sehr, sehr nice. Lasst mal eure Meinung zum Track in die Kommentare da. In den Kommentaren da. Ist das Deutsch? Ich glaube schon. Und da würde ich sagen, ja, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh. So, your friends. Peace.